Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Und zwar hat gestern bzw. heute der GOMOS Server ein neues CWBW bzw. CW System herausgebracht. Natürlich wieder ein bisschen extra Wurst für Bad Wars, nämlich eine Rangliste. Und ja, alles ist jetzt neu. Ich lese mir das jetzt auch zum ersten Mal durch. Und vielleicht kann ich dazu ja schon was erklären. Also als allererstes mal, hey ho Minecraft Freunde, wir freuen uns euch verkünden zu können, dass wir heute ein großes Clan Update released haben. Für euch gibt es nur das GOMODY.net Clan Wars System, eigene Clan Pages und vieles mehr. Jetzt eine kleine Zusammenfassung, welche Features herausgekommen sind. Und zwar ein Server Modul, ein neues CW System zum Austragen von Clarem Wars und Funclarem Wars. Start im Modus Bad Wars. Ein Ranking System, start der GOMODY.net Bad Wars CW Rangliste mit eigenen Clan Ranking. ELO System und Match Logs. Hört sich sehr interessant an. Support, neue Clan Supporter für Probleme und Fragen zum Clarem War und Clan System. Ich denke mal, das wären dann Semmel, Dead Guy Marco und die anderen beiden, die ausgewählt wurden. Die neuen Supporter. Neue Website Features. Aktuelle Rangliste auf der Website, Matchübersicht und Match Pages für jeden CW. Clan Pages für alle, eigene Clan Seite für jeden Clan plus freies Gestalten plus Übersicht der Member und Matches. Nice one. So, gehen wir jetzt erstmal auf das Clan Wars System. Dieses neue und umfangreiches System ermöglicht es euch, in einer eigenen Party gegen andere Spieler im Funclarem Wars oder auch in Ranked Clan Wars. Sowohl über Direktherausforderungen per Befehl oder über eine extra dafür bereitstehende Schlange anzutreten. Und euch so einen extra dafür angepassten Modus mit eigener Rangliste und Ranking bzw. ELO System zu messen. Außerdem haben wir für euch ein System zum automatischen Generieren von Clan Pages entwickelt. Dies findet ihr oben im angezeigten Reiter Clans. Jeder Clan erhält so eine eigene Match Page. Die Clan Leader haben vollautomatische Rechte, um ihre Clan Page selber zu gestalten und so zum Beispiel Texte, Beschreibungen, Links, Avatare etc. hinzuzufügen. Außerdem werden auf der Clan Page auch die Clan Mitglieder und die gespielten CW im neuen Clan Wars System angezeigt. Reicht ja erstmal. Ich glaube, allzu viel Neues müsste man jetzt daraus nicht vorlesen. In einem Clan War treten zwei Clans mit je vier Spielern in einer Runde gegeneinander an. Ist klar. Das System trägt das Ergebnis automatisch auf der Clan Page ein. Nach Rundenstart hat man 16 Minuten Zeit, um seinen Gegner zu bezwingen. Sollte es bis dahin keinen Sieger geben, wird ein 5-minütiges Deathmatch gestartet. Die Deathmatch Map baut sich ab der vierten Minute kontinuierlich ab. Das heißt, sie baut sich nicht von Anfang an ab. Ein Clan War kann ingame über den Befehl slash CW Spieler Spiel Map gestartet werden. Der angefragte Spieler muss in einem Clan und Leader seiner Party sein. Also das heißt, alle Spieler in der Party müssen im selben Clan wie der Party Leader sein. Bei einem Clan War in Klammern CW müssen alle Spieler einer Party im gleichen Clan sein. Wie gerade schon gesagt. Bei FunCWs muss man nicht im gleichen Clan sein, wie ich hier gerade lese. So, jetzt ziehe ich nochmal die beiden Befehle. Slash CW in Klammern Clan War gleich Ranked Clan War. Slash FCW von Clan War gleich FunClan War. Das heißt, keine Beschränkungen der Party. Äh, keine, ähm... Die Leute müssen nicht alle im gleichen Clan sein. Und es gibt kein Ranked System. So, auf der Homepage könnt ihr das Clan-Wort-System unter dem Ratte Clans einreichen. Blah, Ranking, Matchwertung, Spectator. Auch für die Spectator, auch für das Spectator-System haben wir uns etwas Besonderes einverlassen. Ihr könnt den Spectator-Stand verstecken und das Line-Up einsehen. Eine weitere Funktion ist das MVP-Voting. Hierbei könnt ihr für einen Spieler stimmen, der in der Raum da am besten gespielt hat. Der Gewinner des Votings wird dann auf der Matchpage angezeigt. Dies hat aber keine weiteren Auswirkungen. Ja, ansonsten hier noch links. So, die Stats wurden natürlich auf heute nochmal resettet. So, dann gehen wir jetzt einfach mal unter den neuen Reiter-Clans. Wo wäre das jetzt hier? Müsste ich, glaube ich, einmal zurückgehen. So, Clans. Und da seht ihr schon ganz viele tolle Clans. Jetzt ganz oben Team Tactical. Duck Gang. Hat auch schon ein paar Elo-Points gesammelt. Und die Clans mit den meisten Fans sind natürlich bisher die bekanntesten, nämlich Primo's, Knockback Crew, Duck Gang, Triforce, Numa Army und solche Clans halt. 4 Minuten hat hier zum Beispiel die letzte Runde gedauert, Zeitkick Army gegen Fun Wars. Das sind da auch irgendwo Paranoia-Matches bei. Das wäre natürlich schon nice. Ja, ich schaue mal. Ja, ich schaue mal. Oh ja, das sieht sehr schön aus. Das sieht sogar richtig nice aus. Und wir können hier natürlich jetzt einmal komplett durchgehen. Und hier sind wir, beziehungsweise ich. Und dann wird man sofort auf die Stats bei dem Spieler hingewiesen. Clans Wars. Wir haben Rang 41 und einen Win. Nice. Und dann die Kommentare. Bitte unterlasse solche Spam-Kommentare wie in Zukunft. At luck of the sea. Ungeärzte Mom. Alles klar. Okay, merke ich mir. Also, keine Spam-Kommentare mehr auf Clampages. Das ist natürlich auch sehr gut mittlerweile gemacht. Ja, aber ihr seht ganz viel Neues im Clansystem. Und wir gehen jetzt einmal in-game. Und dann seht ihr die Schilder, die in der Beschreibung gerade. Ja, wie soll ich sagen. Gezeigt wurde, beschrieben wurde. Denn da habe ich mir gestern schon etwas zu angeguckt. Und wir haben ja hier die tolle Bildschirmaufnahme. Die nimmt ja immer noch auf. Das freut mich natürlich. Wir gehen jetzt erstmal aus dem Vollbildmodus raus. Join mal auf Gomme. Und ja, wir sind jetzt hier direkt bei Badwars. Und ihr seht hier, alles normal bis auf das hier. Hier sind jetzt nämlich die Reihen für Clanwar und Fun-Clanwar. Und ja. Da könnt ihr dann mit eurer Party in die Schlangen joinen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem neuen CW-BW-System. Und generell dem neuen System. Und ja, viel Glück bei allen Clanwars, Fun-Clanwars, alles was es gibt. Wenn euch das Video gefallen hat mit diesen Infos, dann lass mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ich dazu jetzt öfter mal was bringen soll, also zu Gomme-News, dann ab in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal und tschö. Mögelöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö